und hier da ist auch der aufstieg hoch zur großen kanzel also wenn man da von maut kommt geht es hier hoch und ich habe auch noch drei wanderskollegen entdeckt hallo ihr drei wie geht es euch denn so hallo 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 hey ho na dass ihr mal zusammen und sitzt sehr selten bei euch drei bekämpft euch doch eigentlich immer ja aber es sind doch ferien ja da müssen wir nicht kämpfen da kann man auch mal die zeit gemeinsam genießen ja aber bald sind sie wieder vorbei die ferien gell ja leider sind sie bald wieder vorbei da geht wieder in die schlacht rein ja aber jetzt genießen wir erst noch mal die restlichen ferien hier am aufstieg zur großen kanzel ja da wünsche ich euch natürlich noch viel spaß dabei ja auch ich wünsche euch allen noch schöne restliche ferientage die sind ja jetzt wirklich bald vorbei ist jetzt schon donnerstag froh ein leichnam gell also hier ist der aufstieg zur großen kanzel falls ihr da mal seid von maut hoch laufen dann seht ihr vielleicht auch diesen felsen ich glaube die drei die sitzen da nicht mehr aber da geht es dann hoch und habt ihr wirklich eine sehr schöne aussicht genau die seht ihr dann auch in dem zweiten clip dann von oben die aussicht die ich jetzt hochgeladen habe ja superschön ja also genieße noch ein wenig die ferien macht's gut euer herr peter von herr peter erklärt noch irgendwelche letzte wünsche ihr drei und alles gut ja super nee auch noch gut